Karl-Emil Schoschke war ein US-amerikanischer Historiker, der unter anderem in Berkeley und Princeton lehrte. Leben Schoschke, der Sohn eines deutschstämmigen Vaters und einer jüdischen Mutter, studierte zunächst an der Columbia University in New York und wurde 1936 an der Harvard University promoviert. Im Zweiten Weltkrieg arbeitete er für das Office of Strategic Services, den Vorläufer der CIA, als Spezialist für Westeuropa. Nach dem Zweiten Weltkrieg lehrte Schoschke zunächst europäische Geschichte an der Wesleyan University, dann an der University of California at Berkeley und schließlich an der Princeton University. 1980 ging er in den Ruhestand. Fokus seiner späteren Interessen war die mitteleuropäische Geistes- und Kulturgeschichte nach der Krise des klassischen Liberalismus. Insbesondere der Zeit um 1900 und der Geburt der kulturellen und auch ästhetischen Moderne. Für seine 1980 erschienene umfassende Studie Findesil-Vienne erhielt er 1981 den Pulitzer-Preis. Im selben Jahr erschien mit 25-jähriger Verspätung zur Erstveröffentlichung in der Harvard University Press sein Klassiker der Parteiengeschichtsschreibung Die große Spaltung, die vom früheren Bundeskanzler Willy Brandt als sehr verdienstvoll beurteilt wurde. Schoschke war korrespondierendes Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und Ehrenmitglied der Königlich-Niederländischen Akademie. Der Künste 1966 wurde er in die American Academy of Arts and Sciences gewählt. 1981 war er MacArthur Fellow. Seit 2012 war er Ehrenbürger der Stadt Wien. Werke Wien Geist und Gesellschaft im Findesil Frankfurt am Main 1982 ISBN 3-1007-3603-6 Die große Spaltung Die deutsche Sozialdemokratie 1905-1917 Berlin 1981 ISBN 3-88395-4071 Eine österreichische Identität Gustav Mahler Wien 1996 ISBN 3-85452-350-5 Mit Geschichte denken Wien 2004 ISBN 3-85409-3713 Auszeichnungen 1985 Preis der Stadt Wien für Publizistik 1986 Ehrendoktorwürde der Universität Salzburg 1996 Großes silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich 2000 Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien 2007 Viktor Adler Staatspreis für Geschichte sozialer Bewegungen 2011 2012 Ehrenbürgerschaft der Stadt Wien Überreichung am 25. April 2012 2012 2015 Großes goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich 2 4 13 14 14 15 16 15 15 Untertitelung des ZDF, 2020